In the town of Newt, a vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Ich will nicht, willst du nicht mehr spielen? Was ist so laut? So. Okay. Oh oh. Wen fängst du nicht über Kopf? Leiser oder laut? Ich glaub du kannst es laut. Aua. Aua. Guck mal, warum geht's hier runter? Die Maus ist voll schräg. Warte mal, wie kann ich laufen? Ich shift? Oh, mit Leertaste. Soll ich laut sein? Das weiß ich doch nicht. Man sieht das immer bei den Streamern, dass die so alle laut sind und nichts passiert, aber ich will nicht. Okay, das ist komisch. Man muss mal Leertaste drücken. Ne, warte mal, jetzt kann ich auch mit shift laufen. Warte mal, ich erkenn das hier doch. Oh, guck mal, diese Tür ist gut. Äh. Wie... Wie macht man das? Hallo? Ah. Weil hier kann Leatherface nur von einer Seite kommen und man kann auch von der anderen Seite runterhüpfen. War ich nicht? Also doch, ich war's. Oh. Oh fuck. Na egal. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinhobe. Da ist schon einer raus? Was ist hier? Achso, hier geht's runter. Fuuuuck. Fuuuck. Fuuuck. Wo muss ich hin? Da rein. Aua. Da hat mich jemand durchgeschafft. Steh da rauf, verdammt. Scheiße, die Tür ist hier so. Scheiße, ich muss hier wieder hoch. Nein, 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 nein. Auch mit dir. Scheiße. Sprinte! Ich kann doch nicht sprinten! Achso, da war nur der Prompt. Warte mal, du meinst, dass jemand ist schon rausgegangen? Als da stand, TTV has escaped the basement. The basement? Ne, dann ist er nur aus dem Keller raus. Achso. Iron Mind, hier steht immer Heilung. Da ist keine Heilung. Ha! Ah! Wie? Kuh! Hallo! Kann man T-baggen? Irgendwie müsste man das erkennen, aber ich weiß nicht, wie ich aufstehe. Das war übrigens der TTV, der Leland. Ah. Oh, jemand ist durch das Fenster gesprungen. Achso, dann muss man aus dem Haus und dann vom Grundstück? Genau. Come on, come on, come on. Die Frage ist, ist der Generator an? Fuck! Ja, jetzt bin ich sichtbar für alle gewesen. Ist der an der Generator? Äh, der ist an, den haben sie angemacht. Die Frage ist, wo ist er? Oh fuck, Conny ist tot. Achso, den musst du dann ausmachen? Ja. Hier ist so ein Ventil. Den brauche ich für diesen Wassertank da. Ich hätte aber eigentlich gerne noch, scheiße, Heilung oder so. Die nächste ist tot. Wo ist dieser Generator? Der müsste eigentlich hier vorne irgendwo stehen. Ah, da ist dieser Wassertank. Oh, warte mal. Hier ist... Hier ist so ein Brunnen, falls ich irgendwo... Leg es da hin. Was ist das? Was ist was? Da ist das... Sind Dietrich dahin gelegt, hat die Heilung genommen, sich geheilt, den Dietrich genommen und sehr gesagt, oh, was ist das? Den Dietrich, der sie gerade dahin gelegt hat. Hä? Habe ich das kommentiert? Also ich wusste, dass der Dietrich ist. Also der Charakter hat das kommentiert. Ach so. Ach, hier ist dieser Wassertank. Ich wollte aber eigentlich den Generator finden. Hä? Aber du hast das Ventil. Was? Exit... Ach nein, hier ist der Exit! Hier musste ich hin, der Wassertank ist irgendwo hinten. Ach so. Heißt, wenn ich hinters Haus komme... Eigentlich ist der Generator nicht... Ich dachte eigentlich, der Generator müsste hier vorne irgendwo stehen. Also ich muss jetzt hinter das Haus kommen. Das klingt doch nach Generator. Stimmt, der ist hier! Der ist wahrscheinlich abgechrappt worden. Ja, der ist abgechrappt worden. Scheiße. Dann versuche ich's doch mit der Wasserpumpe. Fuuuck! Nein, wie lauf ich? Ich kann nicht laufen! Oh mein Gott! Wo ist denn Brennen? Wo ist denn Brennen? Da, genau vor dir. Keine Ahnung, Usability! Ich will das aber! Ich will das aber! Scheiße. Wo ist Health? Wo kann die hier rumliegen? Wo ist Health? Wo kann die hier rumliegen? Escaped? Wo ist der Escaped? Ich weiß nicht. Wir sind echt überall! Wieso kannst du die sehen? Exit is Basement! Exit and Basement?! Nein, nein! Ich glaube, der ist gerade zugegangen. Mast. Scheiße, der ist gerade zugegangen. Das heißt, ich muss hoch, muss die Fuse wieder anmachen und dann hier runter. Fuck. Fuck. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Du kannst doch den Dietrich wieder mitnehmen. Stimmt. Ach, das war dieser Schrei? Nee, nee, Bubba ist einfach nur gerade nah. Und wenn ein Killer nah ist... Komm ich hier hoch? Oh mein Gott. Ich muss irgendwie die Fusebox finden, einfach nur. Und dann wieder den Weg runter ins Basement. Scheiße. Was ist das eigentlich? Ich kann mich nicht aus. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Ich mach weniger. Bin ich von hier gekommen? Wo ist diese beschissene Fusebox? Oh fuck. Da ist sie! Oh mein Gott. Und dann ging es hier die Treppe runter. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schläpp's raus. Oh mein Gott. Oh. Ja. Ohohoho. 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 Wie viel Punkt du hast. Pinky Trixie, danke sehr.